Moll kann mit ihrem Brecheisen gefallenen Gegnern das Letzte geben. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Resident Evil Revelations 2. Wir sind mal wieder gestorben, aber wir wissen jetzt, wie wir die unsichtbaren Fischer tot machen sollten. Dann werf ich mal hier eine Rauchflasche hin. So, komm hierher, weil dann werden die sichtbar. So, ist auch tot. Das haben wir souverän gemacht. Aber hier ist ja noch ein Vieh. Aber gibt es da denn was? Ist da eine Kiste? Müssen wir das Vieh tot machen? Nee, ich glaube nicht. Nee, hier ist nix. Dann scheißen wir auf das zweite Vieh. Und rennen hier die Treppe runter. Die Leiter, klettern wir runter, nicht Treppe runter rennen. So, und hier kam ja auch noch einer eben, natürlich. Von wo kommt er denn? Hier. Da. Ha! Mist, Sau. Scheiße, hier ist noch eins. So, fliegt da hin. Ha! Errungenschaft freigeschaltet. Die Last mit dem Glasp. Kenn ich nicht. So, dann gucken wir mal hier hin. Aber jetzt haben wir die ganzen guten Dinger schon verbraucht. Aber hier ist auch schon eine Tür. Ha! Soll das ein Hit sein? Echt geiler Notausgang. Fünf Minuten haben wir noch. Äh! Ja, lichtig geil. Ja, ja, du schaffst es auch noch weiter mit der Kraft der Verzweiflung. Oh, oh. Wir können sie nicht gewinnen lassen. Nein, können wir nicht. Schneller, ich will zur Kiste. Ich will zur Kiste. Können wir da jetzt schon, ja? Wir müssen ja eh hier runter. Oh, scheiße. Das war nicht so gut. Ach so. Ja, Moira, du machst das schlau. Wir machen die Kiste auf. Zwei Schlösser gilt es zu knacken. Hier ist nein. Dann versuchen wir mal hier. Ja! Gerade so. Und den zweiten. Ja! Nein! Scheiße! Scheiße! Hier! Nein! Hier! Nein! Hier! Ja! Nein! Kacke! Ja! Nein! Mwm! Ähm... Haben wir ja noch dreieinhalb Minuten. Ja! Was haben wir denn da Schönes? Diamant! 2000 Bonuspunkte! In Herzform! So, ich nehme Claire. Warte. Nee. Die soll mitkommen, die Kleine. So, dann müssen wir hier rüber balancieren. Oh-oh. Kommst du! Komm! Gart! Achso. Heige mir! Ja, wahrscheinlich! Komm her! Was haben wir denn hier? So. Äh... Springen wir mal. Ähm... Gehen wir hier runter. Und hier ist nämlich noch was. Rauchflasche! Was ist hier? Achso, nur die Kistendinger. Ähm... Dann brauchen wir das Ding hier. Gehen wir aus dem Weg, Kleines. Ah! Die Zeit wird eng. Die Zeit wird verdammt eng. Das tragen wir mal hier hin. Damit wir hier rüber gelangen. Stell's mal hier einfach hin. Ist hier noch was? Nee. Von da sind wir gekommen. Glaube ich. Gehen wir mal hier rauf? Ja! Zwei Minuten zwölf. Schnell! Ja! Ich schwöre, ich werde den Scheiß hier in Zobazon überleben! Ja! Du musst nur dran... Scheiße! Schneller! Mann! Du verhungst unterwegs! Was ist das denn hier? Hüpp! So, Moira, du schaffst das schon! Hau ruck! Ist hier was? Nein! Was haben wir denn hier? Ja! So! Ähm... Gehen wir hier lang? Verdammt! Wir müssen einen Weg darüber finden! Scheiße! Na toll! Und was ist jetzt mit Claire? Claire! Ich lauf einfach mal. Soll die Alte doch zusehen, wie sie klarkommt. Obwohl... Folge mir! Bin unterwegs! Bin unterwegs! Scheiße, das wird eng! Schau durch! Ich lass mir was einfallen! Na toll! Ich lass mir was einfallen! Ich lass mir was einfallen! Achso! Schnell! Was bedeutet das? Achso! Schnell, mach! Sieh zu! 30 Sekunden, das kann noch nichts werden. Das ist doch schon wieder ein Dilemma. Du schaffst das Claire! Schnell! Hör! 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 Komm mit! Folge mir! Vielleicht später? Vielleicht später? Willst du mich verarschen? Ach, scheiße! Wie kommt die denn jetzt? Was? Was, Alter? Nein, wir sind am Arsch! Hm. Sie sind tot. Also da hätte ich jetzt ein bisschen was Cooleres erwartet, ne? Wenn das schon einstürzt. Ähm. Ja, wo geht's denn weiter? Das war sehr interessant. Von hier oben geht's weiter. Scheiße. Okay, dann können wir aber jetzt vielleicht einiges an Zeit wieder gut machen. Ich hab's bis hier geschafft! Ja, ja. Los, runter mit euch! Achso, jetzt kommt das wieder hier. Das hält immer auf. Wir können sie nicht gewinnen lassen! Weiter, 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 weiter. Nein, wir können sie nicht gewinnen lassen. Wir dürfen sie nicht gewinnen lassen. So, dann gehen wir mal hier runter. Verrück! Mäuerlos, komm! Och. Kindchen. Ist ja voll wie Castlevania 64 oder so. So, dann haben wir diese Kiste wieder. Ja. Könnte was werden. Nein. Nein. Ja. 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 So, da haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen an Zeit gut gemacht. Maschinenpistolen, wie, das war doch vorhin was anderes oder nicht, oder wie, oder was? Hm. Das ist etwa unterschiedlich immer. Claire, kommst du? Ja. Scheiße, siehser Saphir weg. Das finde ich blöd. so und damit hier dann machen wir den hier mal ich weiß nicht ob schneller geht wenn wir maustaste drücken na nun stell dich dahin jetzt los 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 so mehr ist hier nicht na gut dann gehen wir einfach mal so und so wir lassen wir mal davor die müssen wir wegschieben ja toll das war nicht gut kann ich die ziehen nein ich aber da steht doch es ich kann die doch ziehen oder nicht scheiße da den kann ich doch hier jetzt na los wieso kannst du denn nicht schieben nein also wir müssen das wohl nochmal machen kann ich den runter hier nein ja ich krieg den nicht weg tut mir leid tut mir leid du oder wir werden wieder sterben scheiße ich will ja durch ach jetzt geht's wo ich tot bin ist ja geil ist ja geil vielleicht weil Claire da vorstand okay dann machen wir das nochmal ist ja kein ding wenn die charakter angeschlagen ist ja besonders empfindlich gegenüber fatalen angriffen des gegners so wieder hier hinunter ist hier was ja du schaffst es auch noch weiter mit der kraft der verzweiflung ich mach dich ja ich mach dich пиш ja das wird dann hier doch noch mit der die das wird dann hier oder Los, drück! Zwei Minuten neun! Und ich wechsle zu Claire. Au rock! Au rock! Au rock! So, und dann schieben wir wieder den nach dort. Äh, mal gucken, ob wir jetzt mit... Ja, können wir. Ja, noch eineinhalb Minuten. Und dann gehen wir auch einfach mal ruckzuck hier durch. Ist hier was? Nein. Doch, hier war doch was. Ich hab ja so viel Zeit. Dann gehen wir hier durch. Da ist schon mal ne Kiste. Speicherpunkt. Ah! Ja. Los, ducken und weiter. Und sprinten. Scheiße! Ah, da lang. Und da lang. Dann gehen wir hier lang. Einfach... Ah! Oh, rund hier runter. Au, scheiße. Das hätte ich nicht machen dürfen. Aua, du auch. Dummes Ding. Hast doch gesehen, dass das nix wird. Äh, ja. Wie müssen wir den ganzen... 35 Sekunden? Wollt ihr mich verarschen? Äh, nein! Ja, da gibt es kein Entkommen. Verflixt und zugenäht. Aber es wurde ja gespeichert. Oh, wieder tausend Neuversuche hier. Das kotzt mich ja an. So. Ist das ein Lärm hier? Ja, wir müssen schneller sein. Hier lang. Und hier lang. Ist hier noch was zum Einsammeln? Ach, scheiße drauf. Wir haben doch keine Zeit. So, jetzt sind wir da nämlich irgendwie rauf. Dann gehen wir hier runter. Oh, sie hat sich wieder wehgetan, oder wat? So, und wo kam jetzt diese... Da ist was. Lauf, 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 lauf! Ich hab keine Zeit! So. Turm-Emblem. 2 von 10. Wo ist das Mistvieh? Ja, nimm das, du Mistvieh. Ja, nimm das, du Mistvieh. Schneller, dann gehen wir einmal hier lang. Oh. So, und jetzt? Schwein gehabt. 20 Sekunden! Tja, das wird doch nix. Duck dich! Du kannst das schon! 10, 9, ah, 7. Oh, oh. Ich lauf Nein Ich hol dich da raus Ja wie denn Wir müssen springen Das ist oh nö das macht mich jetzt traurig schon durch mit claire oder wie oder wat freigeschaltet konzept art nummer 17 wir haben zwei silber stücke ein bronze stück oder wat und zwei von zehn also wie oft das ist ja krass in diesem kleinen abschnitt wie viel soll es davon geben ja ich bin schockiert dass wir tatsächlich sowas passiert hier das leben gerettet und jetzt ist sie wahrscheinlich tot aber sie mutiert wohl noch figur glaspen das macht mich traurig leute treffergenauigkeit 60,9 prozent neuversuche 5 zeit 18 minuten das ging mal schnell fertigkeiten einstellungen wir haben 3880 haben wir nur ja da können wir eigentlich nur hier was machen heiserne reserve erhöhte angstärke wenn ihnen zehn prozent oder weniger munition in der verwendeten waffe verbleibt machen wir auch einfach mal ich muss das erstmal verarbeiten leute ich muss das verarbeiten ja und dann denke ich mal werden wir uns in der nächsten episode wieder sehen dann geht es wahrscheinlich mit barry weiter oder wir gucken einfach mal ich würde mich freuen wenn ihr dann dabei seid bis dann schau und das springen ist ganz geil der liegt einige meter zurück also ich habe keine von diesen fähigkeiten wirklich genutzt glaube ich oder ich habe einfach immer nur mit dem schwert denn mir jetzt ein nach dem anderen vorgenommen aber ich bin auch schon rund auf 56 prozent